Was geht jetzt? Willkommen hier zurück zu KeckTV Uncut. Wir reagieren heute auf den guten Tobias Hoch. Das ist das letzte Mal, dass ich auf ein Video reagiere, also zu meinem Shoyoka-Video jetzt hier reagiere. Ja, das Ding ist, warum ich das nochmal mache, ist, Leute haben gesagt, dass Tobias Hoch sie schon nochmal sehr krass hops genommen hat. Und Tobias Hoch meinte auch zu mir, dass das echt eine Zerwurzelung ihres Online-Präsenz war, ihrer Online-Präsenz war. Deswegen gucken wir da nochmal rein. Er hat auf jeden Fall auch gut reagiert, weil das Video geht, glaube ich, 14 Minuten und 34 Minuten Reaction, das ist ganz nice. Marcel, Dankeschön für den Sub. Shoyoka frontet mein Kind und widerspricht sich. Kuchen Talks. Ich habe ja schon was zu der Dame gesagt. Ich finde sie unglaublich unverschämt und verlogen. Ich kenne kaum, außer vielleicht... Granini, danke für den Thüringen. Ja, vielleicht ist sie noch stärker. Ich glaube, jemand, der so doppelmoralisch unterwegs ist, so falsch, so teils selbstverliebt. Schwierig ist ein gutes Wort für Shoyoka. Ja, wie sie. Die sich feiern lässt mit Gratismut für jeden Dreck, aber dann sich die Taschen vollstopft und über jedes ethische Hindernis hinweg springt, als sei es nicht da. Ja, mal nimm sie hops. Und sie zieht sich aktuell an KuchenTV hoch. Sie macht ihn in jedem Stream zum Thema. Naja, man muss schon sagen, jetzt ist es schon andersrum. Also wenn, dann ziehe ich mich schon eher an ihr hoch, muss man ja sagen. Also klar, sie redet darüber, aber sie hat ja kaum Vorteile. Sie nutzt das nicht... Sie schreibt es nicht in den Titel oder sonst irgendwas. Sie redet halt darüber, weil sie halt immer gefragt wird und dann wahrscheinlich genervt ist oder so. Also da muss man schon fair sein. Und beschert sich dann, dass er sich verteidigt. Das schon eher, ja. Und Monte hat ja auch schon auf sie reagiert und da muss ich auch sagen, sehr stabil, wie Montana Black dort reagiert. Sehr aufgeräumt. Und ich verstehe auch, dass er da emotional wird. Die Angriffe und das Hineinziehen, und ich habe das in ihrem Stream gesehen, des Kindes von KuchenTV ist an Erbärmlichkeit, an Niedertracht, an ekelhaftem Verhalten kaum zu überbieten. Er rastet komplett aus. Also, er feiere ich. Das ist so niederträchtig. So unfassbar ekelhaft. Sie sollte sich... Erbärmlich. Mann. Ich feiere das, ey. Und sich öffentlich für ihr Fehlverhalten und ihr schlechten Charakter entschuldigen. So. Das wird sie nicht machen. Der hat doch recht. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht stimmt, aber ich feiere das, wie er das so komplett übertreibt. Also, ja, er hat ja safe recht, so, ne? Klar, ich finde es auch absolut unnötig, so. Das ist halt so dieses typische, okay, ich will ihn halt irgendwie fronten. Ja, aber anscheinend trifft mich nichts oder so. Ja, ich ziehe mal sein Kind mit rein. Es ist ja so, wie er sagt, safe. Ich finde es trotzdem lustig einfach, ne? Jünchen, danke für die 95 Bits, aber für Halbzeit Level 5 brauchen wir noch ein bisschen mehr, Bro. Weil sie charakterlich so verdorben ist. Und wir gehen jetzt rein in das Video. Erfigen Frauen. Ja, Digga, das ist eine Reaktion, die ich mir auch von den anderen Streamern gewünscht hätte. Wird schon lange viel 200 Bits, leider zu spät. Oh, falsche Taste. Falsche Taste. Ja, der Clip war einfach geil, Digga. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Oh Gott, ist das gut. Ich weiß nicht, wie Kuchen darauf gekommen ist. Dieser Ausschnitt ist so gut. Ja, Little Britain ist halt einfach... Er verarscht sich einfach selbst. Das ist großartig. Anfangs kümmern wir uns aber erstmal darum, warum sie weder auf meine Videos reagiert, noch mit mir in ein Gespräch möchte. Dazu sagt sie unter anderem folgendes. Ich habe das Säumecke-Video geguckt, nachdem es bereits drei Videos zu mir gab, weil ich versucht habe zu erklären, warum ich nicht interessiert daran bin, mit Kuchen zu reden. Moment mal. Oh, auch Tobias Soch wird ein bisschen stützig. Aus dem Paulaner Garten. Das ist der Grund, warum ich das Video geschaut habe. Okay, sie hat auf das Video von Christian Solmecke zu meiner Verurteilung wegen Volksverhetzung also nur reagiert, um ihrer Community zu zeigen, warum sie nicht mit mir reden möchte. Das ist ziemlich komisch, weil am Anfang von der Reaction auf das Video hast du das hier gesagt. Lol. Also das macht das Ganze ja noch lustiger. Das wusste ich gar nicht. Hab ich vergessen, danke für dich noch ein bisschen. Einfach beim Lügen erwischt. Hat einfach ihre Community angelogen. Übrigens, Babdi, danke schön für den Prime Sub. Und ja, also das ist, dass ihre Community sie dafür auch nicht hatet. Dass sie einfach so dreist ihre Leute anlügt. Oder ist die Community so beschränkt? Ja gut, ich glaube, die meisten checken das auch gar nicht. Also ich meine, das sind ja, ich meine, sie hat in dieser Reaction, als sie das gesagt, das war im Februar oder März. Und das jetzt war ja im Juni, ne? Also das weiß nicht, oder im Mai. Nee, das ist halt so lange her, das wird keiner mehr im Kopf haben, dass sie das mal gesagt hat, ne? Da muss man fair sein, ihrer Community gegenüber. Ich meine, die feiern Shuyoka, das ist schlimm genug. Da muss man die nicht auch noch fertig machen. Ist doch, ist das schon pathologisch, wie sie einen Kuchen stalkt? Sie sagt da selber, dass sie das vorher nicht wusste. Also logisch gesehen kann das gar nicht der Grund dafür sein, dass du nicht mit mir reden wolltest. Er hat sie einfach hops genommen. Er hat sie einfach hops genommen damit. Top 10 Leute, die zerstört wurden. Satz mit X war wohl nix. Aber selbst wenn sie das schon vorher gewusst hätte, wäre die Begründung ja super weird gewesen. Ich meine, das Verfahren läuft ja noch. Ich bin ja nicht mal rechtskräftig verurteilt. Ja, das ist es ja. Und man muss auch mal schauen, wie sie, wie sie auf Solmike reagiert hat. Mit einer Penetrans, wo sie das Wort Volksverhetzung auch noch betont. Und obwohl er nicht rechtskräftig verurteilt ist, und im Übrigen an diesem Verfahren, da ist auch nichts dran, das ist Schwachsinn. Da wird auch freigesprochen. Das ist einfach nur persönliche Diffamierung. Ja, ist auch gerade der Stand. Und das zeigt, wie ekelhaft ein Mensch unterwegs ist, wenn man hasst. Und bei ihr ist es, so ist es nach meiner Einschätzung, für mich macht es den Eindruck, dass sie hasst. Einfach Hass zerfressen. Intolerant bis zum geht nicht mehr. Ja. Noch lustiger ist aber das Update. Ich wurde ja einmal wegen Beleidigung an der Schülerin verklagt. Das muss allerdings eingestellt werden. Das ist übrigens auch maximal lächerlich, dieses... Also allein dafür, dass man das irgendwo erwähnt. Das wurde auch beim Prozess mit Issam Bajan erwähnt. So peinlich, dass man sowas überhaupt zieht. Das ist so offensichtlicher Schwachsinn. Jetzt habe ich meine Brille verschmiert. Das ist so offensichtlicher Schwachsinn, wenn man jemanden als dumm bezeichnet im Kontext einer Auseinandersetzung, wo die Person vorher einen frontet. Natürlich darf man das. So. Denn sie hat den Strafantrag nicht richtig gestellt. Also Freispruch. Bei der Thematik mit der Volksverletzung sieht es derzeit auch so aus, als ob ich da auf lange Zeit auf jeden Fall freigesprochen wäre. Ja, KuchenTV hat ja auch meine Anwälte. So funktioniert das. Ich habe ihm dazu geraten. Hä? Die Anwälte machen das gar nicht, aber okay. Ich lasse ihm das einfach, aber das machen immer noch meine anderen Anwälte, die haben das auch hinbekommen. Hat er es versucht und jetzt hat er vom süßen Gift der guten Anwälte genascht. Hä? Ich habe die Anwälte doch gar nicht gewechselt. Wie kommt er denn da drauf? Das Volksverletzungsding machen immer noch die anderen Anwälte. Das stimmt einfach gar nicht. ...werde. Also ja, super Gründe nicht mit mir zu reden, weil ich habe nichts falsch gemacht. Noch besser ist allerdings dieser Grund hier. Du hättest die ganzen Kopfschmerzen mit Kuchenkinder und so weiter gar nicht, wenn du auf die Kritik eingehen würdest, anstatt zu sagen, interessiert mich nicht und dann drei Tage später bin zu lästern. Sitze ich nicht gerade in meinem Stream und habe vor einer halben Stunde gesagt, hit me mit der Kritik, ich gehe auf alles ein. Boah, mega. Sie geht gerade auf Kritik ein? Naja, dann mal ab in den Chat. Warte mal, ich kann hier irgendwie gar nicht folgen, das ist irgendwie geblockt. Und ich kann auch nicht in den Chat schreiben, wenn ich ihr nicht folge. Sie hat mich nämlich auf Twitch blockiert. Das heißt, sie geht zwar auf Kritik ein, auch zum Thema KuchenTV, aber... Naja, also bei den Isar Bayern hatte ich die guten Anwälte, aber bei der Volksverletzungssache halt nicht. Die haben das auch noch hingekriegt. KuchenTV hat gar keine Möglichkeit, ihr Kritik zu schreiben, weil sie mich geblockt hat. Das heißt, die einzigen Leute, die dazu jetzt kritische Kommentare schreiben könnten, wären Leute aus meiner Community. Naja gut, aber die findet sie ja bestimmt nicht so schlimm, oder? Bis zu dem Zeitpunkt, wo Leute aus seiner Bubble hier aufgetaucht sind und seinen Namen gespammt haben. Also wirklich, das ist mit Abstand die ätzendste Community, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Sie hat noch nicht meine Community kennengelernt. Nein, Quatsch. Wir sind ja ganz lieb, aber da gibt es doch viel Toxischere. Also die KuchenTV-Community ist überhaupt nicht toxisch. Ich finde die sogar relativ angenehm. Also ihr Umfeld, also wenn ich mir so ihre Bubble anschaue, die ist ja, dass sie ja offensichtlich ihre Community pausenlos belügt. Oder kriege ich bestimmt eine Anzeige für oder eine Abmahnung, keine Ahnung, was das jetzt ist. Oder die von Dekadent. Oder die von Stay. Oder die von, was haben wir denn hier sonst noch? Solche rechten Bubbles. Also immer diese Opferrolle, in die sie sich begibt. Ja, so rechte Bubbles sind halt wirklich mit Abstand die schlimmsten. Wirklich, wenn mich einer von denen irgendwo verlinkt oder ein Tweet teilt, hat er direkt 500 Antworten von so irgendwelchen richtigen Dully-Accounts. Die alle natürlich den stolzen Monat mega feiern und sich für sonst was fühlen. Ey, es ist so, das ist so eine unfassbar unangenehme Bubble, Alter, wirklich, ey. Er wird auch komplett ignoriert. Leute, sie thematisiert jemanden. Auch dumm wie scheiße diese Leute, ne. Der eine hat mich irgendwas gefragt, ich hab dann drauf geantwortet. Da hat er irgendwie noch zwei, drei Tweets dazu gemacht. Und ich hab dann halt da nicht mehr drauf geantwortet, weil so auf Twitter diskutieren macht sowieso keinen Sinn. Ich hab ihm geantwortet so und der Rest juckt mich nicht. Und dann hab ich halt irgendwann was getweetet und der so, hä, wieso ignorierst du mich jetzt? Bestimmt, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Nein, Bro, weil du nicht der Inhalt meines Lebens bist und ich nicht gezwungen bin, das mit dir so lange zu diskutieren, bis du sagst, ja, okay, jetzt können wir aufhören. Ey, wirklich, das ist halt... Er zieht sich an ihm hoch, weil er halt über eine Million Abonnenten hat bei YouTube. Er hofft sich, dass dann wieder ein bisschen Geld fließt. Und wenn sie dann Kritik erntet, alle sind so gemein zu mir, nur weil ich eine Frau bin, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Null. Die Leute fronten sie, weil sie Scheiße erzählt. So. Ich kenne... Und ja, also ich finde jetzt auch meine Community ehrlich gesagt nicht schlimm. Gut, was anderes könnte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, aber eigentlich wie Tobias Hoch gesagt hat, wenn ihr mal so schaut, was bei Dekalenten im Chat abgeht, wenn der auf mich oder Monto oder sowas reagiert, halt, also das ist ja tausendmal schlimmer. Ja, okay, es bleibt dann halt in der Bubble, also die schreiben einem jetzt vielleicht keine Nachrichten oder so. Also wenige, manchmal kommen die ja auch rüber, wenn ich auf Dekalent reagiert habe, aber eher selten. Aber was die bei ihm im Chat schreiben, ist halt schon grenzenlos. Keine Community, die anstrengender ist als die... Meine ist anstrengend. Geht also gerade nur auf Kritik von Leuten ein, die laut ihr die Schlimmsten auf YouTube sind. Dankeschön. Sie kann ja von solchen Leuten dann ja aber eigentlich nicht erwarten, dass sie die Kritik vernünftig rüberbringen oder den ganzen Sachverhalt wiedergeben. Was ist eigentlich mit der Honigwabe? Das ist doch eine Community, mit der sie sich mal auseinandersetzen möchte. Also sagt sie zwar, dass sie auf Kritik eingeht, gibt aber den Leuten wie mir gar nicht... So, du hast geschrieben, deine Meinung zum Kommunismus und hast dann noch Kontakt zu deinem Stiefbruder. Ich habe keinen Kontakt zu meinem 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 Stiefbruder Kommunismus. Ich habe keinen Kontakt zu meinem Stiefbruder Kommunismus. Sondern geht lieber auf Leute ein, von denen sie selber denken... Ich kriege krasse Vorteile durch den Kapitalismus. So soll ich irgendwas anderes wollen, hey? ...dass sie dumm sind, weil dann wahrscheinlich einfach keine richtige Kritik kommt. By the way, das hier ist auch sehr gut. Und dann sind vier Monate vergangen, in denen ich auf nichts reagiert habe. Auf nichts. Ich habe nichts kommentiert. Ich habe nichts gesagt. Ich habe auf nichts reagiert. Was soll ich drücken? Geschichten aus dem Paulanergang. Kann er das mal lassen, Alter. Ich habe nie absolut gar nichts gesagt. Und vier Monate später wird mir immer noch unterstellt, ich wäre die, die hetzen würde. Sie hat mich also vor dieser neuen Thematik jetzt komplett ignoriert. Das ist ziemlich komisch, denn der Ausschnitt eben mit meiner Community ist vom April. Das war die Zeit, wo ich selber gar nichts zu ihr gemacht habe. Sie hat immer wieder in dieser Zeit über mich gerichtet. Ja, sie thematisiert pausenlos Kuchen-TV. Pausenlos. Es kommt mir, also ich schaue mir gelegentlich ihre Streams an und immer, wenn ich reinschalte, Kuchen-TV, der und das und der Preis und mein Beruf ist Moderatorin. Ich muss für Verbrecherregime auf die Bühne. Ich will Geld haben. Nur darum geht es. Also, schlimm. Redet. Also eine glatte Lüge. Wollt ihr noch eine Lüge? Ey, da gibt es so viele. Bitteschön. Ich mache jetzt damit weiter, das nochmal vier Monate zu ignorieren. Vielleicht ist das ein erneuter Versuch, hier zu sagen, dass ich jetzt mein Maul wieder dazu halte. Okay, sie will mich also wieder ignorieren, ja? Der Stream von eben war der Stream, den sie vor neun Tagen gemacht hat. Im Stream vor drei Tagen hat sie über mich geredet. Im Stream von vorgestern hat sie über mich geredet. Und im Stream von heute hat sie auch wieder über mich geredet. Ja, das stimmt. Ich habe das auch noch. Und sie hat noch richtig... Vielleicht hält sie sich ja jetzt dran. Wie gesagt, sie ist jetzt erst mal im Urlaub. Lange geredet. Und da war Kuchen-TV dann schon live. Und sie hat ihn, glaube ich, fast, weiß ich nicht, anderthalb Stunden thematisiert. Stimmt, das war das Letzte, glaube ich, worauf wir reagiert haben. Weiß nicht, was mit ihr los ist. Aber sie ist die Ursache für das ganze Theater. Sie bringt sich dauernd ins Gespräch. Sie baut Scheiße am laufenden Band und lügt. Und dann will sie nicht kritisiert werden oder mit diesen Lügen konfrontiert werden. Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Und sie behauptet, Kuchen würde sich an ihr hochsehen. Sorry. Ist immer doof, wenn man nicht mit Kritik umgehen kann. Und hat einen Kanal, der ist 20 Mal so groß. Irgendwie Realitätsverzerrung. Ich bin gerade wirklich in jedem Stream Inhalt von ihr. Gleichzeitig sagt sie aber das hier. Ich hatte bis jetzt für mich keinen Mehrwert daraus gesehen, auf seine Sachen einzugehen. Weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich darauf reagiere, dann entsteht einfach nur noch ein Video. Und dann... Geschichten aus dem Paulaner Garten. Komm, ich lasse das gerade nicht mehr raus. Okay, sie hat Angst, auf mich zu reagieren, weil sonst wieder ein Video kommen würde. Redet aber in jedem Stream über mich, wo sie Dinge aus dem Zusammenhang reißt, sich selbst widerspricht und Lügen verbreitet. Ja, du hast recht. Also dann habe ich ja wirklich gar keinen Grund, ein Video zu dir zu machen. Warum reagiert sie denn jetzt eigentlich nicht? Kritik. Wenn KuchenTV nur Müll labert, dann lassen sich seine Lügen doch am besten durch eine Reaktion auf seine Videos entlarven. Warum machst du das dann nicht? Weil sie einfach kein Material hat, weil... Ops, genommen. Es liegt primär daran, dass ich mir gerne nicht von anderen Menschen vorschreiben möchte. Ich möchte mir nicht von anderen Menschen vorschreiben lassen, auf wen ich reagieren muss oder auch nicht. Was hat das denn bitte mit Vorschreiben zu tun? Ich meine, du willst doch gerade auf... Sie bringt halt immer nur Strohmann-Argumente. Also sie kann halt null argumentieren. Sie nimmt sich eigentlich... Sie sieht ja nicht müde aus. Ich habe gerade hier mein Dings getrunken. dass wir eine eigene Community... Warte, wir überlegen noch Medikinie zu nehmen, aber es ist schon relativ spät. Ich glaube, dann kann ich nicht schlafen. Und das spricht dafür, dass die Community sehr, sehr... Boah, wie will man es ausdrücken? Naiv. Intelligenzgefreit. Macht doch die Nacht durch. Ja, das würde so passen. Ja, ich glaube halt... Ich glaube, die Community macht sich da einfach generell halt nicht so viel draus, muss man dazu sagen. Also ich glaube, das sind jetzt einfach generell halt... Weiß ich nicht, da... Ich glaube, denen ist es einfach egal. So, du hast ja einfach... Wenn du jetzt einen Lieblings-Youtuber hast, dann interessiert dich das ja nicht, ob der sich jetzt am laufenden Band selbst widerspricht oder nicht. Du feierst ja einfach die Person oder vielleicht auch die Einstellung dahinter. Ich glaube, viele Leute von Shoyoka machen sich da ehrlich gesagt gar nicht so den Kopf da drüber. Ihre Community ist bestimmt auch schlimmer als die von Ahmad. Uh. Geblendet. Ja. Kritik eingehen. Okay, ich würde sagen, dann hole ich mir schnell 10 Milligramm, damit wir hier noch einen nicen Stream haben, damit ich ordentlich motiviert bin. Ich lasse es einfach weiterlaufen. Egal, ob du mich jetzt gut findest oder nicht, sind das hier kompakte Videos, wo ich dich kritisiere. Und der Fragensteller hat doch auch recht. Wenn ich wirklich so viel Müll rede, dann nimm das doch in der Reaction auseinander, lad das hoch und mach mich mundtot. Aber ja, random in jedem Stream über mich zu reden, ist natürlich deutlich besser. Und das ist einfach nur ätzend. Und dann wird mir gesagt, ja, geh doch in ein Klärungsgespräch. In was für ein Klärungsgespräch? In ein Klärungsgespräch, in dem ich mit einer Person öffentlich darüber rede, die seit Monaten über mich verbreitet. Ist das noch gut? Also, auch da, mir ist eine einzige Lüge bekannt, die KuchenTV gestreut hat. Man kann darüber diskutieren, wenn die Aussage... Das einzige, was streut ist, ist mein Krebs. Linksextrem sei, ob das eine Lüge ist. Ich glaube, sie bezeichnet sich selbst als linksradikal. Da kann man sich irren. Das sind alles so Varianten. Sie hat sich auch selbst in dieses Licht gerückt. Und dass sie jetzt deswegen heult... Sorry, also... Sie ist... Ich finde noch nicht mal das... Ich glaube, sie ist ja noch nicht mal links. Sie ist einfach nur... Oh, jetzt die Zweite sagen. Ja, das ist genau. Das ist einfach nur... Sie sucht pausenlos Bestätigungen... Boah, weiß ich nicht. ...für eine Leistung, die sie nicht erbringt. Sie schlüpft sich gerne mit... Ja, weiß ich nicht. Würde ich so jetzt nicht sagen, tatsächlich. Das ist nur ihre Mentalität. Dankeschön, Andermann. Raucherlunge, ich rauche nicht mehr, Bruder. Hilf bei Lunge. Ich habe, äh, also... Heute mir zum Beispiel keine geholt. Ich höre tatsächlich auf. Diesmal geht es auch. Diesmal ist es nicht schlimm. Ja, das ist auch... Ja, das ist auch kindisch, wie sie sich teilt. Infantil. Wie sie sich verhält. Und Dinge behauptet, die nicht stimmen. Warte, ganz kurzer Cut hier. Du sollst nicht mit dir selber reden, sondern mit mir. Okay, gucken wir mal weiter. Und sich dann selbst als Opfer inszeniert, damit ich dann angefeindet werde für Hetze, während mir Mord für Gewalt und Tod gewünscht wird. Och, wie die Opferrolle. Das ist doch ganz klar. Das sind die klassischen von... Da schreiben irgendwelche Trottel. Ich bekomme tagtäglich Androhungen, dass man mich unboxen will, dass man mich töten will, dass man mich irgendwo trifft. Bei Frauen gibt es sexualisierte Gewalt, Angriffe bei Menschen mit Migrationshintergrund, Rassismus. Das sind die klassischen Gruppen. Und sie provoziert ja auch, dass so etwas kommt. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das richtig ist. Das ist alles verachtenswert. Und das muss verfolgt werden. Solche Angriffe. Aber wenn ich pausenlos Mist erzähle, Hetze, und dass dann unter 100 Nachrichten auch eine Schwachsinnsnachricht ist, eine beleidigende, dann ist das normal. Sie bettelt geradezu um diese Nachrichten, um sich in die Opferrolle zu stellen und damit ihre Klicks zu machen. Ja, safe. Also, dass er sich die ganze Zeit in die Opferrolle stellt. Das auf jeden Fall. Ich brauche mal kurz einen neuen Tab, den ich hier rüberziehen muss. Ich hasse Google Chrome, wirklich. Der hat einfach, ich habe ein neues Handy, der hat einfach meine Passwörter, das speichert der einfach nicht auf dem Gerät. Das ist einfach weg. Ich muss mal kurz ein Passwort nachgucken. Das würde ich auf jeden Fall sagen, safe. Und es ist halt so, wie Tobias Hoch sagt, es ist nur mein Fall das Internet, so jeder wird hier irgendwie fertig gemacht und kritisiert. Also, ich kriege tatsächlich gerade wenig Hate-Nachrichten, aber klar, mir werden auch Dinge vorgeworfen oder ich werde von den Leuten beleidigt, fertig gemacht, Schläge bedroht, mir wurde schon der Tod angedroht und so weiter. Also, ich stelle mich ja auch nicht hin und sage jetzt, oh, so was im Beruf. So, weißt du, das mache ich halt einfach nicht. Und sie macht das wirklich einfach am laufenden Band, um eben sich in die Opferrolle zu stellen. So, das ist halt so dieses typische, okay, du kommst halt argumentativ nicht weiter, weil es ist ja einfach so, sie kann halt nicht dagegen argumentieren offensichtlich, weil ich ja einfach ihre Widersprüche zeige. Also versucht sie anders dagegen vorzugehen. Und am leichtesten ist es natürlich einfach zu sagen so, ey, Bro, also, die beleidigen mich hier alle und machen mich voll fertig. Das ist voll doof. Und ich einfach seit Monaten nichts mache, außer irgendwie zu existieren. Warte mal. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ach ja, er ist halt schon 40. Hat sie gerade gesagt, dass ich mich in die Opferrolle stelle, während sie sich genau im gleichen Satz in die Opferrolle stellt? Junge, was ist denn hier schon wieder los? Ich habe mich auch noch nie während unserer Auseinandersetzung in die Opferrolle gestellt. Das überlasse ich ganz dir. Jetzt kommt aber mal die Sache mit meinem Kind. Da sagt sie folgendes. Und ich hoffe so sehr, dass dieser Mensch in seinem Leben irgendwann noch eine gewisse geistige Reife entwickelt. Und zwar nicht für sich selbst, sondern für sein fucking Kind. In der Hoffnung... Sein fucking Kind. ...dass, wenn du als Kind von so jemandem aufwachst... Jetzt wird es aber langsam unverschämt, meine Liebe. ...du nicht dann irgendwann mal mit dem YouTube-Channel von deinem Vater aufwachsen musst und merkst, wie der Videos darüber macht, wo er sich darüber lustig macht, dass er schon wieder ein Strafverfahren hat. Das wäre mir so peinlich. Das wäre mir so peinlich und so unangenehm, wenn ich wüsste, dass mein Vater Videos macht, in dem er Witze darüber macht, dass er schon wieder eine Strafanzeige hat. Das finde ich... Das ist mit Abstand. Das ist mit Abstand das Ekelhafteste, was ich seit Langem irgendwo gesehen habe. Das ist so erbärmlich. Eine so schäbige. Eine so widerwärtige, eine so verachtenswerte Person wie Shuioka. Sie sollte sich einfach... Dafür sollte sie ihren Kanal löschen. Ich frage mich, warum sie wegen so etwas nicht gebannt wird oder ihrer Twitch-Partnerschaft entzogen wird. So jemand gehört von Twitch mal bestraft. Diese Hetze gegen ein Kind, gegen ein Kleinkind und im Gegensatz zu ihr ist KuchenTV ein Elternteil, ein sorgendes und so wie ich es wahrgenommen habe, ein sehr liebevoller Vater. Sie hat gar keine Kinder. Elko, der ist denkst du schon für einen Punkt. Wie kann sie sich denn anmaßen, über einen Vater zu urteilen und über ein Kind zu urteilen, während sie bei sich zu Hause sitzt, in ihrer Selbstverliebtheit, den ganzen Tag Schwachsinn erzählt, hetzt, beleidigt, Lügen verbreitet, sich in die Opferrolle stellt. Mir fehlen absolut die Worte, wie bösartig, wie moralisch verdorben ein Mensch sein kann, um so etwas zu droppen. Sie ist so moralisch verdorben. Und das sieht man auch an ihrem allgemeinen Verhalten, wenn jemand Geld von TikTok annimmt, um Promo für TikTok zu machen, Promo für einen chinesischen Staatskonzern. Wohlwissend, was mit den Uiguren... Ja, also erstmal dazu, ja, also ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass man dafür gesperrt werden muss, also ich bin ja generell einer, der jetzt generell nicht so gerne Leute sperrt. Ich finde jetzt nicht, dass das so schlimm war, dass man da direkt irgendwie die Partnerschaft entziehen muss oder sie gesperrt werden muss. Also ich finde es zwar auch ekelhaft, klar, weil sie mein Kind so als Angriffsfläche nutzt. Ich meine, im Endeffekt ist es ja aber trotzdem so, dass der Front ging ja trotzdem gegen mich. Sie hat nur meinen Sohn als Angriffspunkt benutzt, was zwar ekelhaft genug ist, aber es ist jetzt ja nicht so, dass sie irgendwie meinen Sohn gedisst hat. Sie hat ihn halt nur mit reingezogen, was auch unnötig ist. Ansonsten stimme ich ihm aber natürlich zu, das muss einfach nicht sein. Das ist halt so dieses, ja, einfach irgendwie nochmal eine Schippe drauflegen, mich irgendwie angreifen, wollen mich irgendwie fertig machen. Mehr will sie damit ja einfach nicht erreichen. Das ist ja kein Punkt. Das ist ja keine Argumentation oder sowas, wie sie bringt. Das ist ja einfach nur so, boah, guck mal, was ich mich traue zu sagen. Aber ich finde nicht, dass sie deswegen gesperrt werden muss. Sie kann doch nicht mal das Wort richtig aussprechen. Sie weiß nicht mal, wer die Euguren sind. Wann würde sie den Namen richtig aussprechen, die Bezeichnung dieser Volksgruppe. Und sie redet sich dann damit raus, ich hoffe, das kommt und ich glaube, es kommt auch noch in dem Video, sie redet sich damit raus, ich habe es ja live im Stream gesehen, sie redet sich damit raus, dass sie, dass es ihr Job sei als Moderatorin. Niemand hat sie gezwungen, wir sind nicht in China, niemand wird gezwungen, für die KZs in China Werbung zu machen. Niemand wird dazu gezwungen. Sie hat das drei Tage auf der Gamescom gemacht, weil sie geldgierig ist. Es ging ihr rein ums Geld. Geld, Geld, Geld. Immer mehr. Der wird auch richtig rot, er ist richtig sauer, er ist jetzt richtig in seinem Element. Geld. Scheiß auf die Moral. Aber hat er recht, es ging nur ums Geld, auf jeden Fall. Einfach die Wahrheit schweigt, wenn das Paar da spricht, sagte schon Chata. Einfach nur ein doppelmoralisches, widerwärtiges, verachtenswertes Verhalten, da schließt sich Herr Kreis, bei ihr ist das ein schlüssiges Gesamtkonzept. Es geht ihr um Geld, um Gratismut, um Likes, um Hetze und ad hominem geht sie sogar auf die Familie und auf das Kind. Sie ist nicht, sie ist mit keinem, mit keiner Phase in ihrem Körper ist die links. Sie ist mit keiner Phase links. Naja doch, das würde ich schon sagen. Sie ist einfach nur eine doppelmoralische Person, die hetzt und zutiefst verachtenswert ist. Er will aber, er will aber auch die Anzeige, ne? Er will aber auch echt die Anzeige, ja. Und ich hoffe, sie zeigt mich dafür an. Dann können wir nämlich vor Gericht das alles mal durchdeklinieren. Naja, links ist sie halt trotzdem, ne? Also da würde ich jetzt nicht sagen, also das ist ja halt eine sehr krasse Doppelmoral, safe, da gehe ich mit euch. Das habe ich auch in meinen Videos gezeigt, aber sie ist halt trotzdem links. Man hat alles offengelegt, wie diese Dame agiert, wie sie sich an, an dem Leid der Uiguren bereichert, indem sie Werbung, Werbung, sie war Werbefigur von TikTok auf der Bühne, als Moderatorin. Das muss niemand machen. Man kann auf TikTok sein, man kann auch einen Moderatorenjob machen, aber man muss es nicht nehmen. Was kommt dann als nächstes? Für was wird sie dann als nächstes moderieren? Ja, stimmt, wenn man kapitalistisch ist, kann man gar nicht links sein. Für die Kuckuck-Klan? Das wäre doch mal was. Vielleicht für Trump. Kann sie auf die Bühne gehen. Warum nicht? KKK und Donald Trump. Dann sagt sie, sorry, seriously, ich bin Moderatorin. Für Kim Jong-Un. Schmutz einfach nur. Ich persönlich einfach absolut respektlos. Sie nutzt hier einfach meinen Sohn als Angriffspunkt. Ich fand ja das aber auf jeden Fall, wie er da so einen Rage-Talk gemacht hat. Er regt sich mehr darüber auf, als ich. Finde ich schon geil. Um mich zu fronten und jetzt meinen Sohn damit reinzuziehen, muss halt einfach nicht sein. Und ja, auch Noah würde über diese Anzeigen lachen. Es ist ja nicht so, dass ich zu meinem Sohn gehe und sage, ha, loll, guck mal, ich wurde schon wieder wegen Mord angeklagt. Ist das nicht lustig? Die meisten Anzeigen... Das sagt sie, das wird ja auch nicht thematisiert, dass diese ganzen Anzeigen, dass sie haltlos sind. Und wenn jemand, jemand wie KuchenTV hat eine so große Reichweite, da bekommt man Anzeigen. Ich bekomme auch täglich Anzeigen. Na gut, täglich, so weit bin ich mal gut. Scheiß an. Das meiste kriege ich gar nicht mit. Ich kriege das manchmal von den Behörden gesagt, was hier alles im Papierkorb landet. Das ist normal, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Sie steht halt nicht so in der Öffentlichkeit, weil sie irrelevant ist. Aufgrund auch ihrer Doppelmoral wahrscheinlich. Ist sie irrelevant? Aber dann sagt sie, ach, ich boykottiere Nestlé. Sie sagt Nestlé, aber es heißt Nestlé. Ach, bin ich stark. Bitte lobt mich dafür. Ein Scheiß ist der Nestlé-Boykott. Ein Scheiß. Das macht sie nur, um Likes zu bekommen. Es geht ihr gar nicht persönlich darum. Jemand, der sich ernsthaft mit dem Thema Nestlé auseinandersetzt, der käme im Traum nicht darauf, für TikTok die Werbefigur zu spielen. Gratismut. Einfach nur sich auf irgendwas draufsetzen, um Likes belegt zu bekommen. Ja, ich weiß nicht. Das finde ich auch ein bisschen zu hart, auf jeden Fall. Da hat Shuyoka mit einem Punkt auf jeden Fall recht. Man muss sich ja nicht um alle Probleme, sage ich mal, gleichzeitig kümmern. Also ich finde natürlich trotzdem, dass sie in dem Punkt doppelmoralisch ist. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt bei dem Nestlé-Ding zum Beispiel darum geht, irgendwie nur schnell Likes oder sowas abzustauben. Sondern ich kann mir schon vorstellen, dass sie da, warum auch immer, die moralischen Grundsätze hat, okay, ich kann das halt nicht unterstützen und versuche mich halt von dieser Firma fernzuhalten. Während das bei TikTok dann halt irgendwo nicht so wichtig ist, weil davon profitiert sie auch extrem. Sie hat ja Geld einfach dafür bekommen. Aber ich würde nicht sagen, dass sie das für Likes macht. Die hat einfach einen ganz komischen moralischen Kompass. Also das, wo man vielleicht auch gar keine Probleme mit hat, das zu ignorieren, das nicht zu nutzen. Wie jetzt zum Beispiel Nestlé, wenn man sich gut genug informiert, denke ich mal schon, dass man weiß, okay, welche Firmen gehören zu denen. Da kann man das, denke ich mal, ganz gut umgehen. Bei Hogwarts Legacy, vielleicht hat sie gar keinen Bock drauf zu spielen. Das kann man einfach boykottieren. Bei Nestlé, bei TikTok dann wirklich ein paar tausend Euro liegen zu lassen, dafür, dass man sich für das Richtige einsetzt. Das ist dann schon wieder was anderes. Aber wie gesagt, glaube ich nicht, dass sie das für Likes macht. Ich glaube einfach, die hat einen ganz, ganz, ganz komischen, kaputten moralischen Kompass, der sehr weird, sehr weird funktioniert, wenn man sich so anguckt, was sie boykottieren möchte und was wiederum okay ist. Bekomme ich von Leuten wie dir, die einfach nicht mit Kritik umgehen können und 95% meiner Verfahren werden auch eingestellt, weil da halt nichts dran ist. Das ist eher 99%. 95% die kriegt da mit, aber 99% werden eingestellt. Ich mache nichts falsch. Ich mache normale Videos und Tweets, aber es kann erst mal jeder eine Anzeige stellen und deswegen kriege ich so viele. Und ja, mein Sohn wird das ganz schlimm finden. Ein absolut privilegiertes Leben mit einem Vater, der durch die Selbstständigkeit bei YouTube nicht viel arbeiten muss, immer Zeit hat und wo man sich trotzdem alles leisten kann. Oh Mann, der Junge wird es so hart haben. Das muss man ja mal sehen. Man sieht ja nur ein bisschen, was Kuchen, also Tim Held, so mit seinem Sohn unternimmt und man merkt einfach, dass er sich sehr, also er ist ja, außerdem ist er ja Erzieher, er weiß also, wie man pädagogisch mit dem Kind umgeht. Ja, ich bin ja kein Erzieher, ne? Ausbildung angefangen. dass er extrem verantwortungsbewusst mit Noah umgeht. Das Gesicht wird nie gezeigt. Die meisten Influencer denken da gar nicht daran, dass das Kind aus der Öffentlichkeit ausgehalten wird. Und dass man einen so offensichtlich liebevollen Vater so in den Schmutz zieht, das ist einfach, das zeigt, vielleicht auch unreife. Sagen wir mal, vielleicht ist sie gar nicht bösartig, sondern sie ist einfach unglaublich unreif. Weil sie einfach vom Leben keine Ahnung hat. Sie hat keine Lebenserfahrung. Sie ist einfach nur ein Kind, was vor der Kamera zu Hause sitzt und einfach nichts zustande kriegt. Ja, safe. Das Ding ist halt auch, mit dem, dass ich die Augen zum Beispiel zensiere, also es gab mal einen Tweet, der war aber auch nicht auf mich bezogen, der hat irgendwie gesagt, ja, das ist richtig dumm, wenn Eltern ihre Kinder zensiert posten, das ist doch genau das Gleiche, lasst eure Kinder doch komplett draußen. Und so richtig, ich wollte eigentlich erst antworten, aber ich war dann zu faul, ich hätte die Likes eigentlich mitnehmen müssen, weil das macht einen Riesenunterschied. Tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir zeigen ja Noah nicht, also ich nehme jetzt Gina einfach mal mit rein, wir zeigen ja Noah nicht. Das heißt, es dürfte auch keine zum Beispiel Zeitung oder anderer Influencer oder sonst irgendwas ihnen leaken, weil ansonsten könnte er schon als Person des öffentlichen Lebens durchgehen und wenn jetzt zum Beispiel die Bild-Zeitung über irgendwas berichten möchte, könnte die einfach halt theoretisch ihn einfach halt mit mir fotografieren und das veröffentlichen. Aber dadurch, dass man halt nicht weiß, wie er aussieht, ist er quasi als Person noch geschützt. Das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied. Master dank für den Prime Sub und natürlich unabhängig auch davon, ja, will ich natürlich auch nicht, dass Noah da im Internet einfach so zu sehen ist. Er soll das später selber entscheiden. Ich gehe aber davon aus, dass er das auf jeden Fall feiern wird, weil er auch so schon gerne Videos abends guckt von sich selber und so. Also geht man davon aus, dass Noah in, sagen wir mal, zehn Jahren auch Influencer wird. Sie hat mich ja unter anderem dafür angezeigt, dass ich sie linksextrem genannt habe. Ich habe meine Videos auch nochmal durchgeguckt. Ich habe das eigentlich nie behauptet, aber selbst wenn, wie beschreibt sie sich denn selber politisch? Weil auch ein paar Mal immer wieder gefragt wird, wo ich mich positionieren würde. Ich bin links radikal. Ja, mit 13 reicht doch. Nein, bist du nicht. Du bist noch nicht mal links. Du bist einfach nur, ähm, das einfach nur eine Karikatur einer linken Person. Um einer Bubble zu gefallen, um, um die Show abzuziehen und darauf Subs und Likes zu generieren. Wohlstands verwahrloste Personen. Das sind einfach Sofa-Kommunisten. Von der Positionierung. Linksradikal ist okay, aber extrem, das geht mir zu weit. Lustigerweise steht im Wörterbuch bei Extremismus extreme, radikale Haltung oder Richtung. Ich werde wirklich... Dankeschön, Todd Howard, Neverlice. Was hältst du von der Woken Bubble? Das ist die Frage, wie man das definiert. Was hältst du von der Woken Bubble? Aus der Perspektive der extremen Rechten ist unter Woke ein Schimpfwort zu verstehen, wenn man es aus der Eigenperspektive sieht. Was es ursprünglich ist, ist es eine positive Denkrichtung. Das ist also schwer, diese Frage kann ich gar nicht richtig beantworten, weil ich die Perspektive von der aus, du drauf schaust, gar nicht kenne. So ins Gefängnis kommen, Alter. Aber wofür hat sie mich denn jetzt genau angezeigt? Ich habe letzte Woche Anzeige erstattet. Was hältst du von der Woken Bubble? Ich habe nicht Anzeige erstattet, weil generell über mich geredet wurde, sondern weil in den Videos Sachen über mich behauptet wurden, die faktisch falsch sind. Schwachsinn. Hat sie keinen Beleg gebracht bisher. Und weil mit politischen Begriffen um sich geworfen wurde, die falsch sind, weil das Verleumdung ist. Also jemanden... Nö, ist es nicht. Wenn es irrtümlich passiert, dann ist es üble Nachrede. Es ist keine Verleumdung. Einfach mal den 186 und 187 StGB nachschlagen. So. Etwas zu bezichtigen, was diese Person nicht ist oder nicht gemacht hat oder nicht gesagt hat. Und das sind Dinge, die muss ich nicht aushalten. Ja, also kein Plan. Ich habe das schon in den letzten Videos gezeigt, dass sie mich ebenfalls sehr oft verleumdet hat. Das lasse ich jetzt... Verleumdet. Ist das Kaffee-Bohr-Dankschild? Das sagt Verleumdung. ...einfach mal so stehen, dass sie mich dafür anzeigt, obwohl sie das selber macht. Lustigerweise wird sie damit aber auch safe nicht durchkommen. Ich war diese Woche gegen Issam Bayern vor Griech. Der hat mich... Ein großartiges Video. ...nämlich auch für solche Sachen angezeigt, also für irgendwelche Äußerungen, die ich getätigt habe. Und Tobias Hoch war übrigens auch dabei. Der hat jetzt... ...hmm... ...heute ein Video dazu hochgeladen. Schaut er auf jeden Fall gerne rein. Da ging es auch um einige Äußerungen, die ich in meinen Videos über ihn gebracht habe. Zum Beispiel, Digga, du bist die größte und hetzendste Witzfigur auf ganz YouTube. Der Richter hat da ungefähr sowas gesagt wie, es ist nun mal das Internet, wo es härter zugeht. Ihr beide habt eine Auseinandersetzung frontet euch gegenseitig, damit muss man klarkommen. Außerdem habe ich ja auch ein Recht auf Gegenschlag. Du frontest mich, ich fronte dich zurück. Und genau das mache ich auch in einem Rahmen, der absolut in Ordnung sein wird. Daher kann ich dir jetzt schon sagen... ...schwürgekommen aus dem Urlaub, wie der versteht die Welt nicht mehr. Oder wenn die jetzt, wenn die dann nach zwei Wochen wieder in ihren Instagram-Account reinguckt und die Nachrichten liest, wurde er komplett vorbei. ...dass da nichts bei rumkommt. Kommen wir jetzt noch mal kurz zur TikTok-Thematik. Sie hat letztes Jahr während der Gamescom die TikTok-Bühne moderiert. TikTok... Hat sie das noch extra gepostet? Sie hat es also noch extra gepostet. Aber bei TikTok selbst hat sie ein Video hochgeladen. Und hier macht sie auch noch Meet & Greet. Einfach verwahrlost. TikTok ist eine App aus China, die von der chinesischen Regierung geleitet wird, wie alles, was aus China... Achmat schreibt es richtig rein. Meet & Greet mit den Uiguren. Oder wie hat sie es genannt? Was hat sie im Stream gesagt? Sie hat mit Uiguren gesagt... Meet & Wheat hätte ich jetzt auch Bock. Uigaren oder sowas. Oh. Uigaren. Ungar... Also wirklich... Also es ist einfach... Es ist einfach nicht auszuhalten. Uuuuh. Wie doppelmoralisch diese Person ist. Genau. Ui... Uigaren. Irgend so ein Bulgaren... Die weiß nicht, wer die Uiguren sind. Die will sich damit nicht befassen. Wie ich ja gesagt habe, die Wahrheit schweigt, wenn das Para spricht. Ja, und richtig, was Achmat schreibt, man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll. Das ist tatsächlich so. Junge, Achmat gönnt sich einfach... Tobias Uiguren befasst hat. Dann käme ein durchschnittsvernünftiger Mensch nicht im Traum auf die Idee, auf der TikTok-Bühne zu stehen. Niemand. Niemand. Der einigermaßen einen eingenordneten ethisch-moralischen Kompass hat. Und neben den anderen tausend verwerflichen Dingen begehen sie auch gerade einen Völkermord an den Uiguren. Sollte man also vielleicht jetzt nicht unbedingt unterstützen. Dass ihr die App nutzt, ja, das ist komplett in Ordnung, man ist Influencer, man braucht seine Reichweite, alles gut. Das moderieren muss aber eigentlich nicht sein, sich dann von so einer App bezahlen zu lassen, oder? Naja, was sagt sie denn dazu? Verlangt doch keiner dein, die die Plattform zu dort und findet deine Begründung komplett legitim. Aber wo ist dann der Mehrwert für dich, eine TikTok-Bühne zu moderieren? TikTok nutzt. Boah, ich werde sowieso auf die Bühne gegangen. Das ist mir noch egal. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Ich bin auch beruflich Moderatorin. Dieser Blick. Das Geld hat geschmeckt. Bing, 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 bing. Ich müsste das eigentlich cutten lassen und hier so Dollarzeichen. Ring, ring, ring. Das mache ich jetzt, glaube ich, mit Thumbnail. Hm, es schmeckt. Und hier an der Seite in den freien Raum mache ich so ein Bild des Konzentrationslagers was für die Alguren drin sind. Hat der? Hat der echt Leute? Das ist mein Job, Dinge zu moderieren. Ich muss unbedingt mal irgendwie die Softboxen einstellen. Ich muss mal meine Kamera heller machen am Abend. Dann bin ich so, hey, ich bin eigentlich gut gebräunt, breit gebaut. weil sie keinen Widerspruch gab. Zeigt, wie bildungsfern ihre Community ist. Ja, wie es kämpft. Wie ein bisschen Völkermord auf gutes Geld verzichten geht es. Soll sie mich doch anzeigen. Ich habe in diesem Video, in diesem Stream nichts juristisches, also nichts juristerabel, oder wie heißt das nochmal? Jetzt kann ich das eigene Wort nicht sagen. Justiziables, genau, das Wort heißt Nukula, Justiziables gesagt. Ja gut, es ist ja nicht verklagt, eine Anzeige zu bekommen und wieder die Anwälte zahlen zu müssen, wäre mir schon stressig genug. Nichts dergleichen. Ich weiß genau, wie ich mich ausdrücke. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin seit über zehn Jahren hauptberuflich Journalist und ich weiß genau, wie ich etwas ausdrücke, dass es den Leuten auf den Sack geht, aber ich dafür nicht angezeigt werden kann. Genau, Anzeige eingegangen, bearbeitet, abgelehnt. Auf zum Atem. Digga, wusstet ihr eigentlich, dass dieses Anzeiges raus von Wohli kommt? Das ist voll krass, vielleicht kennt ihr das Meme. Wird mir jetzt sowieso keiner glauben, ich kann es glaube ich auch nicht mehr beweisen, aber er war damals, ich weiß gar nicht, das kam aus unserer Szene, er war der Erste, der das mal gepostet hat, dieses Bild mit dem Polizisten. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich glaube wegen Mythenakte. Ich glaube Ernstling hat ein Video gegen Mythenakte gemacht, hat Mythenakte irgendwie gesagt, ja, bla, Anzeige ist raus und dann war er der Erste, der das Meme gepostet hat damals und dann ist es durch die Decke gegangen. Ist wirklich so, Digga, Realtalk. Ich habe ja nichts davon, jetzt Wohli da die Props zu geben. Es ist tatsächlich wirklich so gewesen, das kommt aus der, lustigerweise aus der Meinesblogger Szene, da bin ich dann auch mit drin, aus dem Anfang. Zeig mal das Bild, Digga, gib doch einfach Anzeiges raus bei Google ein, hä? Moderiere, ich habe nicht nur eine TikTok-Bühne moderiert, ich mache generell Moderationsarbeit. Das gehört zu meinem Beruf dazu. Es gehört zu meinem Beruf, mich über die Uiguren lustig zu machen und für ein Unrechtsregime auf der Bühne zu stehen und darauf zu scheißen, weil es viel Geld gibt. Gut, dann sehen wir Sie dann bald an der russischen Grenze, wie Sie für die russischen Truppen zur Feier des Tages zum nächsten Massaker eine Show moderiert für Wladimir Putin. Bringt ja Geld. Übertragen von Russia Today. Hä? Weil es dein Job ist, ist es jetzt in Ordnung, die TikTok-Bühne zu moderieren, oder was? Würdest du auch die AfD moderieren? Ich meine, es ist ja dein Job, von daher ist das ja gar nicht verwerblich, oder? Du kannst doch als selbstständige Person... Ich habe echt nicht mitbekommen, du bist schon der Dritte, der fragt, wer spielt denn heute? Was ist denn heute für ein Fußball-Event? Nicht sagen. Hä, es sind doch schon alle Finals durch. Spielt Deutschland? Ja, Deutschland spielt sogar wirklich. Das ist Deutschland-Polen. Digga, ich... Jetzt no joke. Ich gehe jetzt auf Tipico Online und da könnte ja auch sein, dass ich Glücksspiel glorifiziere oder nicht. Ich setze 300 Euro auf Polen, Digga. Das ist ja sowas von absoluter Safe-Tipp. Alter, Deutschland kann es ja so in die Tonne kloppen. Scheiden, welche Aufträge du annimmst und welche nicht. Und in dem Stream hast du auch gesagt, dass du seit drei Jahren zwischen 1500 und 3000 Zuschauer auf Twitch hast. Das heißt, finanziell wird es dir ja nicht so schlecht gehen, dass du auf das Geld angewiesen bist. Diese Rechtfertigung ist halt einfach mal wieder absolut lächerlich gewesen. Naja, gut. Ja, das hat er vollkommen recht. Das soll es jetzt tatsächlich erst mal gewesen sein. Wie gesagt, die redet halt gerade durchgehend über mich. Sie treffen beides, glaube ich, sicher. Sie zieht sich an ihm hoch und sie halt... Ja, also wie gesagt, ich finde nicht, dass sie sich an mich hochzieht. Also da muss man, da muss man tatsächlich schon fair sein. Also derjenige, der sich irgendwo dran hochzieht, bin ich. Ich schlachte das Thema auch komplett aus, sage ich auch ganz ehrlich. Also da bin ich auch offen. Alles andere wäre auch gelogen. Also ist ja auch klar. Ich meine, ich mache hier eins. Ich reagiere auf alles, was ich halt kriegen kann. Ich habe damit auch kein Problem. Mich juckt das halt nicht. Ich finde das Spiel auch einfach gar nicht. International. DFB-Freundschaftsspiele. Das ist sogar ein Freundschaftsspiel. Pia mit Vornamen. Pia bedeutet, übersetzt, die Fromme, die Gerechte. Beide Teams nur 1-6. Das lohnt sich eigentlich nicht. Da ist einiges schiefgelaufen. Auf Polen zu setzen, lohnt sich schon mehr. Spiel Lewandowski? Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da, kommentiert auf jeden Fall die Meinung zu ihr. Und ich habe mich noch sehr zurückgehalten. Ja, an sich auf jeden Fall gute Reaction. Keine Ahnung. Das ist halt das, was ich auch vorher schon bei Tobias Hoch öfter mal gesagt habe. Übertreibt manchmal halt so ein bisschen. Das meiste kann man aber auf jeden Fall nachvollziehen, was er gesagt hat. Fand die Reaction auf jeden Fall ganz gut. Kann man mitnehmen. Selbst er macht Klicks mit Shoyoka. Es ist einfach geschenkt. Es ist einfach geil. Es macht einfach Spaß. Aber leider kann ich jetzt nicht auf... Also ich habe keinen Bock, mein Video dann zum 10. Mal zu gucken. Deswegen ist das hier wohl das Abschlussvideo zu ihr.